Hallo, in diesem Groovy dreht sich alles um Events. Das ist ein Engel-Gründer, Bruder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das waren die Oldenburger Classic Days. Sonntagnachmittag, das war ein wunderschönes Wochenende mit herrlichem Wetter und ganz tollen Fahrzeugen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, das anzusehen und nächstes Jahr wieder. Ich hoffe, dir hat das Groovy gefallen. Wenn ja, klick bitte hier unten auf Subscribe. Noch mehr Groovys für dich hier in deiner Playlist.